So, buongiorno, in unserem Restaurant Michelangelo wünschen alle Gäste eine schöne Weihnacht, einen guten Rutsch, Gesundheit und alles Gute in den neuen Jahren. Auguri a tutti e buone Feste. Hallo und auch wir von der Gartenerei Müller wünschen unseren Kunden, Bekannten und Freunden ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2011. Dankeschön. Herzliche Weihnachtsgrüße und einen besonderen Dank für 25 Jahre Treue und Verbundenheit. Mit besten Wünschen für das Jahr 2011, Zufriedenheit, Glück und Erfolg. Vor allem Gesundheit wünsche ich Ihnen, Ihre Jutta Korn mit Carmen Hammer und Familie. Hallo miteinander, ich wünsche im Namen vom Eiscafé Italia euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, hallo, das ist der Michael Lay von der Fotogalerie in der Rödergasse. Ich wünsche allen meinen Kunden ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin hier bei der Arbeit, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich wünsche allen meinen Kunden und meinen Freunden ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches 2011. Und wir hoffen, wir sehen uns wieder. Ja, in diesem Sinne, schöne Weihnachten. Wurde, dass er meinen Kopf hier nicht versaut. Auch das gesamte Schober-Team möchte sich bei seinen Kunden, Freunden und Bekannten für das Jahr 2010 bedanken und wünscht allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in 2011. Hallo, Getränke Meier, Kahn mein Name, wollte allen meinen Kunden ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Dankeschön. Hallo, wir das Team von der Landwehr-Apotheke wünschen allen unseren Kunden, Bekannten, Freunden frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten! Firma Dekoreno in Rodenburg wünscht allen Kunden, Bekannten, Freunden und Mitarbeitern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die Schreinerei Körder wünscht allen Freunden, Kunden und Bekannten in nah und fern ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches 2011. Dem schließe ich mich an. Alles Gute im neuen Jahr. Schöne Weihnachten wünscht euch. Kreativ, kompetent, komplett, Körder. Hallo, liebe RON-RTV-Leute. Mein Name ist Klaus Sudler von EP Sudler & Hornung und ich wünsche allen meinen Kunden, aber natürlich nicht nur meinen Kunden, sondern alle, die das sehen, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bitte bleibt alle gesund, denn das ist das Wichtigste. Auch eure Familien. Gott schütze euch. Im Namen der Firma Rappold und seinem Team wünsche ich allen Kunden, Bekannten und Freunden fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2011. Frohe Weihnachten! Und fürs nächste Jahr wünschen wir euch viel Spaß beim Fahrradfahren. Einen schönen guten Abend. Hier ist die Firma Wolf aus Rodenburg. Ich möchte allen meinen Kunden, meinen künftigen Kunden, schöne Weihnachten, ein schönes neues Jahr wünschen. Und fürs nächste Jahr wünschen wir euch viel Spaß beim Fahrradfahren.